Dass diese vier Wörter, nochmal, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilahe illallah, wa Allahu Akbar, die Sünden so abschütteln, wie auch die Blätter vom Baum fallen. Wie auch die Blätter vom Baum fallen. Und nicht nur das, sie sind al-baqiyat as-salihat, so hat der Prophet s.a.w. sie genannt. Das bedeutet, sie sind verbleibende Wörter. Selbst nach dem Tod von einem Diener werden diese Wörter weitergezählt bei Allah s.w.t. Sie verbleiben und sind gute Wörter, die der Diener in seinem Lohnbuch verzeichnet bekommt. Ist das alles? Nein. Auch werden diese Wörter um den Thron von Allah s.w.t. ihre Runden machen. Allah wa ilahe illallah. Sie werden ihre Runden machen, wenn man sie gesagt hat in der Dunja. Und diese Wörter werden ein Geräusch haben, so dass sie die Zuhörer darauf aufmerksam machen, dass der Diener sie in der Dunja gesagt hat. Und auch ein richtig schöner Vorzug ist, dass sie wie eine Art Schutzschild sind vor dem Höllenfeuer. Das bedeutet, derjenige, der diese Wörter gesprochen hat, Yaumul Qiyama, wird um ihn so wie eine Art Armee herum sein, die ihn davor schützt, in das Höllenfeuer reingeworfen zu werden. Vergiss diese Wörter nicht, liebe Geschwister. Die Frau, auch wenn sie in der Küche steht und wenn sie das Essen macht, sollen sie diese vier Wörter sagen.